In diesem Video wollen wir Luminar 3, unsere ersten Bilderordner, hinzufügen und außerdem möchte ich euch gerne den grundsätzlichen Aufbau der Programmoberfläche erklären. Momentan sieht das Ganze natürlich noch sehr leer aus. Das liegt einfach daran, dass wir Luminar 3 noch nicht mitgeteilt haben, wo denn unsere Fotos eigentlich liegen. Anders als bei manchen anderen Bildverwaltungsprogrammen orientiert sich Luminar 3 an eurer Ordnerstruktur auf der Festplatte. Das heißt, wenn ihr jetzt Bilderordner hinzufügt, werden diese Bilder weder verschoben noch kopiert. Ich zeige euch das Ganze mal. Wir können jetzt entweder hier oben in der Menüleiste auf Bibliothek klicken und Ordner hinzufügen wählen. Alternativ klicken wir auf dieses Symbol in der Symbolleiste, wählen hier Ordner hinzufügen aus oder auf der rechten Seite im Bereich Ordner finden wir auf der rechten Seite dieses Plus-Symbol. Ich klicke darauf und kann entsprechend auf meinem Computer einen gewünschten Bilderordner auswählen. Ich wähle in diesem Fall dieser PC aus, suche mir die Festplatte aus, wo die Bilder liegen. In diesem Fall habe ich einen Bilderordner generiert und zwar Bilder. Und jetzt kann ich mich entscheiden. Entweder kann ich den kompletten Ordner Bilder mit all seinen darin befindlichen Dateien und Ordnern auswählen oder speziell einen bestimmten Ordner innerhalb dieses Bilderordners. Der Vorteil, wenn ich Bilder auswähle, ist der, dass ich jetzt, auch wenn ich diesen Bilderordner importiert habe, jederzeit auf meiner Festplatte innerhalb dieses Bilderordners Fotos platzieren kann oder auch zum Beispiel Ordner platzieren kann. Und beim nächsten Programmstart von Lumina 3 wird entsprechend diese Ordnerstruktur automatisch aktualisiert. Auch dann, wenn ich zum Beispiel innerhalb dieses Ordners Ordner wieder lösche oder umbenenne. Ich wähle in diesem Fall Bilder aus, klicke auf OK und entsprechend wurde dieser Ordner jetzt Lumina 3 hinzugefügt. Auf der rechten Seite sehen wir im Bereich Ordner unseren hinzugefügten Ordner Bilder. Links daneben sehen wir ein kleines Pfeil-Symbol, was bedeutet, dass sich in diesem Ordner noch weitere Ordner befinden. In diesem Fall RAW mit digitalen Negativen, also RAW-Bildern und einem Ordner Verschiedenes mit diversen JPEG-Bildern. Habe ich hier den Ordner Bilder ausgewählt, so sehe ich auf der linken Seite alle Bilder, die sich innerhalb dieses Ordners und innerhalb der Unterordner befinden. Ich finde das Ganze ganz schön gemacht, sehr platzsparend, das heißt zwischen den einzelnen Bildern sieht man nur sehr schmale Linien, die diese Bilder voneinander trennen. Ich kann hier drüber scrollen und entsprechend mir die Bilder aussuchen, die ich bearbeiten möchte. Wähle ich hingegen zum Beispiel einen Unterordner aus, zum Beispiel RAW, so sehe ich entsprechend nur die Bilder, die sich jetzt innerhalb dieses Ordners befinden. Rechts neben diesen Einträgen sehe ich zum Beispiel auch die Anzahl der Bilder, die sich in diesem Ordner befinden. In diesem Fall also 9. 9. Im Ordner Verschiedenes befinden sich 27 und entsprechend dem übergeordneten Ordner Bilder, zusammengerechnet 36. Das Ganze finde ich so sehr schön gelöst. Was mir hier sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass Luminar 3 sich komplett an eurer Ordnerstruktur auf der Festplatte orientiert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel diesen Ordner Bilder hinzugefügt haben, so haben wir gewissermaßen einen Verweis zum Ordner auf eurer Festplatte gesetzt. Das bedeutet auch, dass wenn wir jetzt auf der Festplatte innerhalb dieses Ordners Bilder einen neuen Ordner erstellen, zum Beispiel einen Ordner Test und da rein kopiere ich jetzt einfach ein Bild, zum Beispiel dieses hier, drücke STRG-C, gebe mich in den Testordner, drücke STRG-V, habe damit jetzt ein Bild darin platziert, so wird Luminar 3 diese Ordnerstruktur beim nächsten Programmstart aktualisieren. Das heißt, ich werde einmal das Programm schließen und neu starten. So, und wenn wir uns jetzt einmal diesen Ordner öffnen, so sehen wir hier unsere Neuerstellung feststellten Ordner Test. Wenn ich diesen anklicke, sehen wir auch das darin sich befindliche Bild. Das heißt, Luminar 3 orientiert sich die ganze Zeit an eurer Festplattenstruktur und indem ihr einen Ordner hinzufügt, kopiert oder verschiebt ihr Bilder nicht, sondern sagt einfach nur Luminar, schau bitte in diesen Ordner und zeige mir alle darin sich befindlichen Bilder an und alle darin sich befindlichen Unterordner. Sind mir die Vorschaubilder hier zu groß oder zu klein, so kann ich entsprechend über die Symbolleiste hier oben in diesen Bereich hinein klicken und eine andere Größe wählen, zum Beispiel klein. Auf diese Art und Weise passen mehr Bilder in diesen Arbeitsbereich hinein. Alternativ gibt es noch Mittel, die Standardgröße groß oder größte. Alternativ kann ich daneben auch einfach auf Minus klicken, das Ganze verkleinern oder mit Plus entsprechend wieder vergrößern und jetzt habe ich zum Beispiel wieder die Standardgröße groß eingestellt. Auf der linken Seite gibt es diese Schaltfläche, diese haben wir uns ja schon mal angeschaut. Hier kann ich entsprechend weitere Ordner hinzufügen, wenn ich das nicht zum Beispiel schon auf der Festplatte automatisch innerhalb dieses Bilderordners mache, kann ich hier weitere Ordner hinzufügen, die sich ganz woanders auf der Festplatte befinden. Außerdem kann ich auch einzelne Bilder importieren, dazu komme ich allerdings später. Über diese beiden Icons kann ich zwischen der Einzelansicht und dieser Übersicht wechseln. Aktuell sehen wir alle Fotos in Form von Vorschaubildern innerhalb dieses Bilderordners. Wähle ich jetzt ein Bild aus, zum Beispiel dieses hier und klicke auf dieses Symbol, so kann ich mir dieses Bild einzeln anschauen. Automatisch wird mir auf der linken Seite allerdings auch ein Filmstreifen angezeigt. Das heißt, hier kann ich ganz schnell zwischen den einzelnen Bildern innerhalb dieses ausgewählten Ordners wechseln und mir diese anschauen. Und hier unten sehe ich zum Beispiel auch die verschiedenen Vorlagen bzw. Voreinstellungen von Lumina 3, mit welchen ich über einen Klick den Look dieses Bildes verändern kann. Außerdem besteht noch die Möglichkeit, dieses Bild zum Beispiel zu bewerten, zu favorisieren oder eine Farbe zuzuweisen etc. Möchte ich das Ganze hier ausblenden, kann ich entweder hier oben auf dieses Icon klicken und sagen, okay, die Filmstreifen möchte ich deaktivieren, die Seitenleiste möchte ich deaktivieren oder die aktuellen Fotoaktionen oder auch hier oben die Vorlagen und auf diese Art und Weise sehe ich nur das einzelne Bild. Drücke ich die Tab-Taste, so kann ich alles wieder einblenden, drücke ich die Tab-Taste erneut, so kann ich alles automatisch wieder ausblenden. Das heißt, auf diese Art und Weise kann ich ganz einfach durch diese Bilder navigieren und entsprechend mit einem Klick hier oben auf dieses Icon auch wieder zur Übersicht wechseln, wo ich alle Bilder in Form von Vorschau-Bildchen sehe. In der Symbolleiste findet sich eine weitere Schaltfläche und zwar diese hier. Und diese dient gewissermaßen als Abkürzung zum Wechsel zwischen hinzugefügten Ordnern. Aktuell haben wir ja nur einen einzigen Ordner von unserer Festplatte hinzugefügt und zwar diesen Bilder-Ordner. Diese Unter-Ordner gelten in diesem Fall bei dieser Abkürzung nicht, das heißt wir sehen hier nur unseren hinzugefügten Ordner und alle Fotos. Das heißt, hätten wir jetzt viele verschiedene Ordner hinzugefügt, könnten wir auch auf alle Fotos klicken und es würden alle Fotos dargestellt werden, die sich in all den hinzugefügten Ordnern befinden und auf diese Art und Weise könnten wir hier oben ganz schnell zwischen diesen Ordnern wechseln oder ganz schnell alle Fotos aller Ordner zusammen darstellen lassen. Kümmern wir uns jetzt mal um diese rechte Seite hier. Diese rechte Spalte ist in derzeit drei Bereiche aufgeteilt und zwar Bibliothek, Bearbeiten und Info. In der Bibliothek sehen wir zum Beispiel alle unsere hinzugefügten Ordner, auch unsere Alben, was es damit genau auf sich hat, darauf gehe ich später ein und zum Beispiel auch sogenannte Verknüpfungen wie zum Beispiel alle Fotos. Das heißt, unabhängig davon, welcher Ordner hier jetzt derzeit ausgewählt ist, kann ich auf alle Fotos klicken und alle Fotos all unserer Ordner werden hier in dieser Übersicht angezeigt. Klicke ich zum Beispiel auf kürzlich hinzugefügt, so würde ich zum Beispiel kürzlich hinzugefügte Fotos ganz oben in dieser Reihe sehen und auf diese Art und Weise habe ich das Ganze etwas geordnet. Dann gibt es zum Beispiel auch den Bereich Bearbeiten, wenn ich zum Beispiel noch einmal dieses Bild auswähle und auf Bearbeiten klicke, so kann ich jetzt entsprechend dieses Bild bearbeiten. Wir sehen auf der linken Seite wieder unsere Filmstreifen, damit ich schnell zwischen unseren Fotos hin und her springen kann. Wir sehen unten verschiedene Vorlagen, mit welchen ich den Look dieses Bildes anpassen kann und auf der rechten Seite befinden wir uns jetzt in dem Bereich Bearbeiten und hier sehen wir verschiedene Bearbeitungsfunktionen. Auf diese gehe ich natürlich ebenfalls in späteren Videos ein. In diesem Fall sehen wir zum Beispiel aktuelle angewandte Filter, in diesem Fall haben wir eins, zwei, drei, vier angewandte Filter und diese könnten wir jetzt entsprechend anpassen. Über den Bereich Info kann ich mir zum Beispiel auch Informationen zu dem derzeit ausgewählten Bild anzeigen lassen, zum Beispiel das Histogramm, den Dateinamen, wie groß das Bild ist und weitere Kameradaten je nach Bild sind hier mal mehr, mal weniger zu sehen. Über diese Schaltfläche hier oben kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte das Bild gerne per E-Mail verschicken oder zum Beispiel auch exportieren. Das heißt, wenn ich das Bild bearbeitet habe und ich möchte dieses gerne als JPEG beispielsweise abspeichern, vielleicht sogar verkleinern und exportieren, für das Internet beispielsweise, so kann ich hier oben einfach draufklicken und auf Bild exportieren klicken. Alternativ geht das Ganze natürlich auch über Datei exportieren. Wähle ich auf der rechten Seite wieder Bibliothek aus, so wechsle ich in diesem Bereich nicht automatisch zu unserer Vorschauübersicht mit all unseren Fotos, sondern wechsle nur auf der rechten Seite zu unserer Bibliothek. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel auf der linken Seite die Darstellung der Bilder definieren. Aktuell sehen wir hier zum Beispiel alle Bilder von unserem Ordner Bilder. Wähle ich zum Beispiel Verschiedenes aus, würde ich entsprechend hier nur die Bilder dieses Ordners anzeigen. Wähle ich RAW aus, so wird entsprechend hier eine andere Bildauswahl dargestellt und automatisch auch ein Bild innerhalb dieses Ordners ausgewählt. Wähle ich zum Beispiel Test aus, wo ja nur ein einziges Bild drin liegt, so würden wir auch entsprechend hier nur ein einziges Bild als Vorschau sehen und dieses wäre auch automatisch ausgewählt. Ich wähle wieder Bilder aus und möchte jetzt gerne wieder die Übersicht all unserer Fotos sehen, so klicke ich hier oben auf diese Schaltfläche und entsprechend haben wir hier wieder unsere schöne Übersicht. Tja und wie von vielen anderen Programmen ebenfalls gewöhnt, gibt es natürlich hier oben auch ein ganz klassisches Menü mit weiteren Funktionen. Wir können also zum Beispiel über Datei Bilder importieren, exportieren. Wir können entsprechend zum Beispiel auch Bildanpassungen vornehmen, wie beispielsweise ganz schnell einmal ein Bild drehen. Darauf gehe ich allerdings später ein und zum Beispiel auch die Hilfe aufrufen, wo wir entsprechend, wenn wir mal nicht weiterkommen, ein paar weitere Infos zu Funktionen finden können.